Ich dachte, Leon sagt, er läuft nach rechts, aber dann hätte er mir über den Weg gelaufen müssen. Herzlich willkommen in euch, Mann. Er ist nach rechts gelaufen. Zurück mit... Ich weiß nicht, was für über der Labert von wegen, wie ich nach rechts gelaufen habe. Nein, nein, ich bin ja in den Säugermitteln, was gelogen ist. Ich weiß, wann. Und Tobi. A.K. Saibotron. Und direkt Oxygen, Dingsybumsy. Ich mach einfach hier. Ich hoffe, du schaffst das. Ich nutze den Moment und mach hier ganz, ganz schnell mal die Aufgaben. Denn dann muss ich hier nicht mal rein. In dieses verfluchte Nest von Kabeln. Oh, oh. Gott. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Oh, gut, ey. Wurde gerade kommen. Sehr schön. Haben sie gut gemacht. Haben sie gut gerettet. Oh, Conny ist da. Es muss Tobi sein. Wieso ich denn? Ja, das hatte ich auch schon im Gefühl. Er steht im Atmen. Wir, Fiegel und Tanker sehen uns da in der Nähe vom Oberen. Also, es war beim Waffending. Ich wollte da, weil ich dachte, der Obere ist noch nicht gemacht worden. Geht dahin zu Atmen. Ach so, ja, was soll's. Bin da auch direkt zum Ersten gegangen. Ich war gerade mit dem Kanonending fertig. Bin ja nicht runtergelaufen. Bin dann gerade weitergelaufen. Beim Kanonending? Ja, wo man die ersten Reden wegballert. Da waren wir ja alle. Da waren wir die ganze Zeit. Nein, da war ich da. Ich war auch da. Ja, wie? Was ist denn das für ein Witz? Aber er hat keine Kanonen gemacht. Ich bin einmal kurz umgedreht. Was ist denn das? Und dann kommt es noch eine Sekunde zu früh. Ja, ich dachte, ihr kommt später. Aber Dexi ist halt lost, weißt du? Wieso denn? Lost? Ja, aber Dexi hat nicht gelaufen. Ich werde accused, weil ich mich einmal umgedreht hab. Jemand wie Moritz macht, dass jede Runde nix passiert. Ja, das war eine Super-Runde tatsächlich. So, wir machen jetzt erstmal hier wieder unseren... Ah, ne, erst das hier. Vielleicht kriegen wir das ja in der Zeit hin. So. Dude. ID, BLR, B2, HT, 36, WT, 92, LB. Black, BT, B2, B2. Oh nein. Lass mich bloß in Ruhe, alle. Lass mich in Ruhe. Ich will noch nicht sterben. Bitte nicht. Okay. Dexi ist noch hier. Okay. Okay, alle sind hier. Das ist gut. Kann ich jetzt nämlich hier schnell wieder abhauen. Wo geht der? Äh, Fübel? Bitte geh mir nicht hinterher. Ich hab Angst. Warte, ich muss hier rein. Seh ich gerade. Nein. Oh Gott. Wieso hat Marco gelacht? Ich geh zurück und gucke, wieso Marco gelacht hat. Aha. Ich denke, Fähnrich ist es. Ich würde... Und wieso? Marco lag im Electrical Room und Marco hat gelacht. Dann bin ich zurückgegangen. Ja, ich wüsste gern, wer als letztes noch in Electrical mit Marco war. Also Fähnrich kam von unten. Also ich bin bitte als erstes rausgelaufen. Das ist das, nervt mich. Also Fähnrich ist mir entgegengekommen, Lexi. Ich bin als zweiter rausgelaufen. Marco war da noch als letzter drin, Alter. Also du bist sehr, sehr schwett hinterher gekommen. Also die Tür ist zugegangen, weißt du? Ach, woher weißt du das denn? Wenn du angeblich schon ganz lange weg warst. Dann ist vor meiner Nase die Tür zugegangen. Aha. Dann habe ich kurz gewartet. Dachte mir, vielleicht sehe ich da jemanden, der sich da erkenntlich zeigt. Dann bin ich erst später losgelaufen. Warte, ich war... Ich habe ja das Licht ausgemacht und habe dann meine Tasche gemacht. Dann sind drei... Nur Alters, ihr habt das Licht ausgemacht? Ach, Mann. Sorry. Lexi, hast du oben wen gesehen? Wer kam denn dann rein? Es kamen drei Leute rein. Marco? Ja, ich... Fähnrich und Marco. Und Granger. Wo war Liam? In Admin. In Admin. Hat irgendwer Leon in Admin gesehen? Also, Lexi, du bist ja dann weiter nach oben gegangen, ne? Wir waren beim Licht, du Vogel. Lexi... Ja, ich war... Nee, ich meine ja, wir waren beim Licht. Was möglich gewesen ist, dass Leon aus der Licht dann runtergewendet ist. Nee, nee, ich möchte kurz was sagen, dass das nicht sein kann. Weil dann hätte Lexi Leon wahrscheinlich gesehen. Im Mettraum. Als er da vorbeigelaufen ist. Wait, Leon war... Warte mal, Lexi war am Mettbe? Ja, die ist ja dann weiter nach oben gelaufen. Achso, dann ist das natürlich nicht möglich. Deswegen kann es für mich nur verändrig gewesen sein. Du warst doch auch in Security Guard eben, oder? Warte, kann es Moritz auch sein? Ja, meine ich ja. Der könnte rübergewendet sein. Wohin drübergewendet? Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es Moritz ist. Also, wie so tags sind es zu auf, aber als ich in Mettbeil war, hat er sich eigentlich, wie es aussah, scannen lassen. Ist es jetzt möglich, dass er es gepflegt hat? Herr Wann? Ganz am Anfang. Ich bin in Mettbeil gelaufen und dann stand er da. Ich möchte, dass es erst gepflegt hat, aber ich glaube eigentlich nicht, dass es Moritz sein sollte. Ja, aber dafür glaube ich, dass du es wirst. Leon hat das schlau gemacht, aber ich meine, Leon hätte es nicht sein gekonnt. Also, Markus, so ein Wichser, ey. Du dummer Pisser, wegen dir, wenn ich rauskriege, weil du lachen musst. Deswegen mutiert man sich in diesem Dreckskrieg. Du dummer Pisser. Mann. Wenn man will den Raum schließen, drückt nach unten rechts und springt ins Ventra, ey. Das ist ja scheiße. Mann, er lacht, ey. Ich habe mich so ein Pisser. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich fährt zwei miteinander Imposter, erste Runde komplett. Er ist Lach. Und zweite Runde lacht Marco. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Ihr seid so schlechte Mitspieler, ey. Wie? Danke. Ihr seid die Leute, die ein Risiko, wenn die verlieren, die gehen auf den Spielstände vom Feld schmeißen und meinen, ja. Asteroideneinschlag. Ich meine, das hast du schlissen. Da kann ich ja nichts dafür, dass Marco gelacht hat. Hey. Du hast gelacht, Marco. Jetzt mach nicht, hä? Die ganze Zeit. Ja, also du hast doch irgendwie sowas gemacht. Du gedreht, ich war voll clean, damit weggekommen. Nee, nee, wärst du, glaube ich nicht. Ich wäre eh runtergegangen und hätte geguckt. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, ne? So. Okay. Damit Tobi clever überführt. Ja, ich soll nicht mehr töten, ich habe mich nur verdrückt. Ja, oder so. Ach nee, nicht schon wieder da unten. Hab ich gemerkt. Oh, ich hasse dieses... Diesen Raum hasse ich sowas von. Oh, da ist jemand tot. Wo wart ihr gerade so? Ich war ganz links. Ich war in Edmund. Leon? Ich war bei O2. Welches O2? Welches? Es gibt auch noch eins, oder? Also weißt du, O2-Raum, ja. Immer als O2-Raum? Ja, O2-Raum. Der reicht, oder wo warst du jetzt? Bist lang gegangen. Der ist lang gegangen. Äh, warte mal, was habe ich denn gemacht? Achso, oben in der Cafeteria habe ich Müll gemacht, dann abgeloadet oder downgeloadet. Hä, so viel? In so wenig Zeit? Das passt, das geht, weil er nicht veraufdownloadet und... Echt? Sorry. So, und dann bin ich in O2 und wollte da gerade meine Blätter reinschmeißen oder rausziehen und dann ging der links. Nessie warst du, Nessie? Ich war in Edmund. Und da war es ab- oder downloaden, ich weiß es nicht, in welcher Reihenfolge. Und dann bin ich bei Storage dann nach links gegangen, weil ich zum Dichter wollte. Ich war am Anfang, ja. Kann man, ab und anfang mit downloaden, kann man nicht, ne? Was kann man? Doch, doch. Kann man, in Abdeh, mit an, ab und anfang. Doch, kann man. Doch, kann man. Doch, kann man. Also, ich habe ja Tobi in, 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 in Navigation, gehen nach unten über Shields und nicht aus, einmal sich nur ich bei Aufloppen und Tobi die Tour vormer. Ich weiß nicht, wer noch da unten war. Vielleicht nur. Ja, ich, aber einmal halt noch vormeter, also voreinander davor. Wo warst du, Moritz? Ich war erst im MET, hab die Reagenzgläser angeschaltet und dann gab es den Alarm, dann bin ich nach links runtergelaufen. Ich weiß nicht, wer es war. Weil alle, weil wir alleine irgendwo gelaufen sind. Weiß nicht, vielleicht hat Saibo jetzt auch schon, also Tobi, Lexi verraten, aber ich skippe noch mal. Dankeschön, wer auch immer. Hier, Lexi, danke. Wieso, Lexi? Mann, Lexi. Hast du, warst Leon? Wie liefst du denn, Moritz? Ja, natürlich warst Leon. Hast du. Mann. Lügt doch nicht. Gerne. Gerne. Moritz. So, guck mal. Lexi hat schon gerne gesagt. Unser Beziehungsstatus wird irgendwann noch was. So, was muss ich über... Achso, ich muss hier rein. Ich muss ja hier rein und ich bin tot. Tot wie ein Floh. Floh wie ein Brot. Und ich werde nicht verfolgt, das ist der Tanker. Der Tanker macht schlanker und ist so fröhlich. Liegt da eine Leiche? Sicher ist sicher. Wir gucken auch mal hier rein. Hier liegt niemand. Okay. Sehr schön. Dann können wir jetzt zum Admin-Raum gehen. Sind also alle nach links gegangen. Sind alle nach links. Da gehen wir gleich mal gucken. Zack. Aber... Oh, ne. Noch gucken wir nicht, weil... Oben die Erfolg... Dingsbums da leiste. Äh, die hat sich gut gesteigert. So, Schilder an. Navigation. Kriegt hier wieder jemand? Ne, diesmal nicht. Zack. Ah ja, ich bin richtig gut heute, oder? Ich kombiniere sehr gut. Ich denke, Tobi hat gerade, äh, Lexi verraten irgendwie. Er hat ja irgendwas gemeint. Wo lag er, Leon? Ja, meine Freunde. Wo war er denn so? Ich bin jetzt... Also, ich war bei Navigation. Und dann bin ich gerade dabei, die Meteoren da abzuschießen. Hm. Ich war bei Mepe, und dann sind wir uns in der Cafeteria begegnet, und dann bin ich nach unten gewatscht und so weiter. Wo waren die Leiche? Wo warst du denn vorher, Lexi? Beim... 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 Frag mich doch mal, Leon. Ach, keine Ahnung, ich weiß das auch nicht auswendig alles. Okay, gut, dann hat sich das nicht erledigt. Die Leiche war in Electric. Ne, in... Security. Security. Und da bist du aber auch hingelaufen, Leon. Ja, da bist du auch hingelaufen, Leon. Da bin ich hingelaufen, um die Leiche zu entdecken. Um die Leiche zu entdecken. Also, ich glaube, tatsächlich, dann ist es doch Leon. Lexi ist es Moritz, 100%. Ach, Mann, aber du bist doch am Anfang da erst hingelaufen. Ne. Doch, direkt als ich beim Electric Room hab das da gemacht, dann bist du rausgelaufen, dann bist du nach links gegangen. Und das war schon zwei Minuten her, oder so. Beim Electric Room, ich war nicht mal beim Electric Room. Okay, ich muss dir wieder eine Zahl eingeben, ich hab keine Ahnung. Ich war nicht beim Electric Room, ich war nämlich in der Abteilung und hab da meine Sachen gemacht. Wo ist mein Zufallsgenerator? Lexi, wenn du es nicht bist, dann ist es Moritz. Oh, Werbung. Oh, dauert noch vier Sekunden. Also, gerade ist Lexi und ungerade ist Leon. Oh. Lexi, es tut mir leid, der Würfe hat für dich entschieden. Als ob. Warte, wie kann man denn so gut sein, wie wir beide? Leute, ich hab gekrollt, man kann einen Appen, ich würde da unten anfangen. Wieso denn mich, Leon? Auch wenn du so spekt warst. Aber das wird, Fofi, Leon. Aber Leute, als ob, man kann einen, man kann einen Admin-Legid nicht downloaden. Ja, keine Ahnung, und Tobi top, keiner von den Tobi, ne? Ja, weil ich mir hab' mich gefragt, ich hab' am meisten auch, was da im Spiel ist, deswegen hab' ich geantwortet. Du warst auch sowas nicht vorgeschlagen, wenn du Tobi... Ja, Lexi, Lexi, und deswegen hab' ich ja vorhin gedacht, dass du es wärst. Weil, ich glaube, Tobi hat dich verraten. Äh, ich hab' noch recht, Tobi, ne? Ja, sie meinte doch, sie hat geuploadet oder gedownloadet. Ja, ich hab' auch Müll gemacht, geuploadet und dann bin ich zum Ding gelaufen. Ja, das ist mir schon klar. Ja, ja, aber wieso votet man mich? Ja, natürlich. Ist klar, es war einfach Lüge, es hast es, es war auch gerafft und der Rest ist tiefsig. Ja, und der votet einfach für mich, ich kann's nicht fassen. Lächerlich. Da werd' ich rausgevotet, hallo? Obwohl ich mal wieder top kombiniert habe, tatsächlich. Ich war einfach wieder top drauf. Wie, Lexi, hast du dich da durchgebackt? Hahahaha. Ja, bei mir auch. Was? Echt? Bei mir war das komplett normal. Lexi, die kann Welt durchtüren, das ist insane. Ich kann durch Tür sprengen, true, ich bin's. Ja. Das sah echt seltsam gerade aus. Ach man, jetzt sind wir schon wieder eingesperrt. Dankeschön. Ist hier immer ein Tod? Ne, okay. Musste gucken. Musste gucken. Luki, Luki machen. Für belebt also noch. Okay. Gut. Ich lass die da erst mal unten ihre Sachen machen. Ich denke, da ist jetzt eh jemand tot. Wir gehen gleich nochmal nachgucken. Aber erst machen wir jetzt das hier. Den Download noch fertig und dann können wir da runter gucken. Beziehungsweise nach links gehen. Nach links. Ich wär auch mal wieder gern den Poster, tatsächlich. Der Tanker geht nach rechts? Wo geht der Tanker nach rechts? Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht nicht ganz so klug gewesen. Oh Gott, ey. Also, der Tanker ist nach rechts gegangen. Aber wir leben noch alle, ne? Gefühlt leben wir tatsächlich alle noch. Wieso geht der Tanker nach rechts? Bei dem Alarm? Das weiß ich nicht. Aber wieso hat er mich nicht getötet? Das ist genau noch eine gute Frage. Aber ich glaube, es würde auffallen, wenn er mich da getötet hätte. Wenn alle anderen da gewesen wären. Dann... Äh... Da ist... Ausgegang... Äh... Dings zugegangen. So. Müll hier. Müll. Tankdings. So. Wir gehen mal eben nochmal hier reingucken. Da liegt wie gewohnt niemand. Also, ich hab das Gefühl, Leon ist es. Ich hab das Gefühl, dass es Leon ist. Wieso geht der nach links? Und wieso ist hier alles zu? Ist hier irgendwo ne Leiche oder was? Ne. Ist hier jemand? Ne, da ist auch niemand. Okay. Der hat ja auf jeden Fall alles abgesperrt. Vielleicht sollten wir einfach mal sicherheitshalber den Knopf drücken. Und ich dachte Leon wärs. Okay. Ich hab eine Geschichte zu erzählen. Okay. Ich bin im Map Bay. Ich wollte da... Nein, jetzt hör mir zu. Und Tobi ist auch im Map Bay. So. Dann will ich rauslaufen. Nein, nein, nein. Ich erzähl von ein bisschen früher. Es hat damals angefangen. Dann... 1908. Kurz. Kurz. Ganz kurz. in dem Admin nahe. Dieses... Ab oder Download. Geht zurück. Upload. Danke. Geht zurück. Und gucke, wenn... Wenn der Tanker tot ist, ist es Friedrich. Wenn Friedrich tot ist, ist es der Tanker. Es muss so sein. Gucke nach mit... Ich hätte jedes Jahr aufschlitzen können. Sie hat's nicht gemacht. Ich hatte so legit Angst davor. Und dann waren wir im Map Bay... Waren wir im Map Bay einmal eingeschlossen? Ich hab da dieses Samples Ding gemacht. Und danach bin ich dann weggelaufen. Hab dann einen Admin getroffen. Dann konnte ich die Dinger wieder abholen. Ihr wisst ja, die Enomaly auswählen. Bin dahin zurückgelaufen. Dann lag der Leon. So schnell? Das war ja auch keine Minute von... Doch, war doch schon. Bei mir auch. Ich hab ungefähr bei 4.1 angemacht. Es passt schon. Also es kann auch... 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 Wo warst du so? Ja. Also ich war am Anfang... War ich im Admin. Da ist mir dann auch Marco ent... Begegnet. Dann bin ich rausgegangen. Dann wurde oben da die Tür geschlossen. Dann bin ich runtergegangen. Dann war da auch die Tür... Wir müssen jetzt was Voten. Wie bitte? Ich skippe. Ich skippe. Ich sag Tobi. Ich sag Tobi. Ich bin so nervig, dass wenn man dann doch auf das Grüne geht, dass man das wegzieht und du hast es trotzdem gewartet. Das regt mich auf. So hab ich aus Versehen schon 3 Leute gewartet. Die haben eh fast Tars, Tobi. Es passt also. Sowieso. Ich werde hier high auf Tars fertig. Okay. Nee, nee, nee. Mit Fübe will ich nicht gehen. Vor Fübe hab ich Angst. So. Peng. Peng. Ping. Pong. Oh nee. Das Licht geht wieder aus. So. Bang. Komm hier. Fertig. Endlich. Sehr schön. Oh nein. Licht ist aus. Lexi kommt von unten. Okay. Wie kommt man von unten? Ich weiß es nicht. Gehen wieder hoch. Weil wir zur Navigation müssen. Und machen die Kabel. Kabel Salat. Kabel Salat. Kabel Salat. Und da oben auch. Okay. Gott warten die nur auf mich. Das ist natürlich traurig. Ja. Ja. Wollte ich auch machen. Aber ganz schön. Ich hab Passwerte übrigens. Ich nicht. Ich muss noch mal auffüllen. Ich muss noch zwei Sachen machen. Ich muss gleich mal gucken. Ich bin hier für die ganze Zeit aufgekommen, weil ich die ganze Zeit schwach spiele. Ach. Nee. Warte ich gucke jetzt gleich mal ob ich noch was hab. Scheiße. Ja. Dafür gehört er echt gekickt. Ja. Vor allem so viele Tasks müssen wir gar nicht mehr machen. Tschüss. Wer ist gegangen? Leon ist glaube ich zu Conny eben reingegangen. Zu Conny? Ja. Oh Gott die spielen jetzt LOL oder was? Ja. Sau bootet. Naja. Äh. Dein muss ich. Okay. Wie. Alle müssen hier hin. Das halte ich aber hier für eine ganz freche Lüge. Ganz ehrlich. Oh Gott wir sind eingesperrt. Wir sind eingesperrt. Ich will hier raus. Lass mich hier raus bitte. Tschüss. 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 Nervt doch nicht ey. Ach Oxygen. Oh Gott. Ich beeil mich Leute. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Ich geh nach oben. Ich geh nach oben. Föwe. Föhle ok. Weiß nicht. яни. Och nee. Jetzt ist immer wieder zu. Oh Gott ich hasse es. Nein. Mann ey. Gibt Dings noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was war das? So, ah ne, da muss ich gar nicht hin, hier unten noch, hier auffüllen und dann bin ich fertig tatsächlich. So. Marco, warst du's? Nein, Tobi, warst du's? Ja, ich war fertig. Sag mal, seid ihr eigentlich alle auf den Kopf hier fallen? Ne, ich hab hier fällig gevotet. Leon. Alles stimmt, ist. Alles stimmt, ist. Alles voller Wahrheiten? Wer votet dagegen? Föbel! Föbel einfach! Fuck, oder? Können wir ganz kurz eine dramatische Pause einlegen? Können wir ganz kurz eine dramatische Pause einlegen? Föbel, wie kann man so? Wie tallet sein? Er, Lexi. Ne, würde mal sagen, wenn ihr einfach random Leute, einfach geleidig werden, dann spinne ich raus, das macht keinen Spaß.